Hallo! Der Franke da! So, wollen wir das haben? Nein, sollen wir das haben. So, schöner Laden, ach ja, herrlich. Dann würde ich sagen, das ist voll toll, dass ich die überall hinklicken. Das könnte auch einfach sein. Jawohl, dann die Bände, haben wir gesagt, machen. Gut, decken. Äh, nee, das passt. Ja, das schon hier. So, dann schauen wir mal Kassen. So, eine auf jeden. Eine auf jeden. Dann würde ich gerne noch zwei Katzen für hin, aber dann noch ein bisschen weiter. Lassen. Dann verteilt sich das glaube ich an. Ja, schauen wir mal. So, dann das Lager. So, dann das Lager. Einheit. Würde mal mit. Kleinen. Haben zwar gut Geld, aber mit beiden. Lager-Lager-Einheiten. Lassen wir da auch schon mal hin. Das müssen wir eh dann sehr schnell weiter machen. Ich habe das Gefühl hier. Laden mit Mittler-Einheiten. Das wird klar. Wie viel Lagerplatz haben wir jetzt da? Ja. Das sollte doch erstmal ausreichen. Dann brauchen wir das Gelegenheit. Haptisch. Platz. Dann. Auf immer. Das erweitern wir aber relativ gut. Dann haben wir jetzt den Daten gekauft. So. Dann. Wir. Jetzt. Wir machen weiter. Ähm. Hier. Wir bestellen erstmal. Ich glaube das ist einfach so Hosen. Wir haben hier mittleres Renommee. Ich glaube man kann das hier an den das ist ja Luxus, Qualität und Mode. Also alles was mittleres Renommee oder höher ist wird hier gekauft. Die Wahrscheinlichkeit dass hier so eine Hose geht ist eher niedrig würde ich sagen. Das hier ist dann schon eher mittel, ne. Dann auf den Fall hier. Dann würde ich aber so eine Weiße nehmen. Das ist die gleiche. Die hier sind jetzt ausgewaschen. Ich brauche mal eine rein. Dann mit Muster. Dann auf jeden Fall hier so Sports Hosen. Ja die als die Muster zu fehlen. Dann mit Muster. Dann hier. Die vorne auch. Nehmen wir wieder die blaue. Und wir könnten mal die oben nehmen. Ah komm wir nehmen mal die. So Fashion will ich natürlich auf hier. So sind alles hier die gleichen. Dann so eine rein. Und sie hier. Die sind eigentlich ganz gut gegangen. Das haben so mittleres Renommee. Mal die drei. So Sporthosen. Hier auf jeden Fall deutlich besser. vielleicht können wir das dann dass man das ein bisschen zusammenhängt vielleicht dass man so abteilungen macht so könnte man sich überlegen mal gucken zum platz her hinkriegen dann jetzt mal so genommen dann haben wir noch so eine stanne hose hier sieht ganz gut dann röckchen ist natürlich auch noch sein das sind ja alles so die sind so einfarbig und zwei farbe und fashion sie darf nicht haben wir sogar 20 artikel dann würde ich sagen 2 ist klar aufgeben das darfst du das wirklich so zusammenhängt muss ich aber ein bisschen klicken jetzt bei den zum beispiel bei den sport sachen sie die rosen und wenn ich die rosen enden gibt es ja ein farbe sollte man es auch so kaufen dass es zusammenpasst schickterweise hätte ich das auch im warenkorb gleich machen können aber dann so packen aber schneller aus abkommen hier auspacken so 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 an begleitung so 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 Okay so so Was haben wir denn noch an Sport? Active Sports Nur noch die 2 Hosen Die Die Töne Dann Ich frage ob wir die auf den Ständen hängen wollen Mal gucken wir mal da vielleicht noch an Wir haben eine dabei die so gut wie geht dass wir die dann damit aufhängen Ja So dann gucken wir mal Mit was machen wir dann weiter Und Streetlife haben wir Casual Ganz wie Dann machen wir mal Bei einem Casual können wir eigentlich so ganz lowbop hierzu hin Das passt nur da hin Na ja So dann Machen wir mal noch so ein Ah Weißt du was ich schon gegessen habe? Das Layout Jetzt kann man auch speichern Jetzt kann man auch speichern Das sieht das noch nie Oh Das ist aber Das ist ein bisschen Ich weiß nicht Besser 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 Dann Kassen Dann Aber lieber jetzt, bevor ich jetzt vollgestellten bin. So, jetzt fällt mir gar zu ein, ne? Gut, also was hängen wir hier hin? Dann haben wir noch Fashion. Fun Games haben wir auch noch. Fun Games machen wir nie. Okay. 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 Und dann haben wir noch Fashion. Aber Fashion. Fashion haben wir denn. Okay. 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 So. Das hier ist Stream. So als allererstes machen wir noch die Spots, so da hängen wir Was haben wir denn jetzt noch hier so in Sorte 2 Street Wegen Was ist das denn? So ein Henk? Ah, ich weiß nicht. Einen vielleicht? Ganz nur weg. Wir haben halt nur... Das war so ein. So. So. Yes. Dann haben wir jetzt alles verräumt. Kurzer Blick ins Lager. 5, 7. Sieht gut aus. Dann, ähm, Hemden. Ach ne. Artikel. Ähm, Hemden. Zu Casual Closes, ähm, wir gehen gar nicht. Ich sage nur mal eine No. Was weißen. Von Streetlife könnte ganz gut. So. So eine auffällige. Das haben wir schon. Fashion, da. Weißes Hemdor, den wir auf jeden Fall reinkommen. Sind die alle? Ich würde einfach mal zwei von den Fashion Hemden nehmen. Weißes und kurzes, oder ne? Weil man mit hellblau ist. Da passen ja auch alle gleich viel. Die meisten mehr. Okay, dann wird man den produzieren. Dann haben wir hier noch eins. Das Holzfällerhemd, das ging ja auch ganz gut. So, die Fazit dann. Dann Fun Games, ähm. Boah. Blauen Pulli. Roten Hut. Auf jeden Fall mit rein. Den Bär. Oder ein Baumbär. Dann. Dann. Boobers. Das darf ruhig tot sein. Ähm. Dann nehmen wir hier mal das Orangenes Pot. Casual Clothes. Das kann man glaube ich weglassen. So, jetzt geht's. Äh. Was ist das hier, ne? Dann. So, Router. Ein weiß. Ähm. Ähm. Das ist das hier. Was ist das hier? Ja. Was ist das hier? so die special haben wir die sportswear haben wir bei den sportswear alle machen ja weiß rotes sind die oberen ja dann von denen die streifen aber gar keines bei den hosen auch dann haben wir hier die hat das hier dazu wir lassen es sind so so dann fangen games aber eigentlich ist ja nur weiß ich nicht gewählt 1 mit einnehmen das auf jeden fall wieder ja guck mal dann sind die auf jeden fall besser wieder weiter weiter nehmen wir mal so ein buntes i took an arrow to rush be to this game squad ja ja weiß ich nicht können wir mal probieren ob es geht fun games das kätzchen das kann man auf jeden fall mit rein nehmen das ist ja keine frage an die mauern blau ist alter schweden sind es wieder so dann ist nur die zwei dann fashion darf natürlich so noch eines weißen gelb dann hier noch eins ok folgen legt erstmal wieder üben wäre doch noch und da haben wir zwanzig artikel wenn man gleich noch mal eins daneben ja ja komm mal ein komm mal ein mache ich das eigentlich mit artikeln im lager haben will vielleicht mit sonderangebote ausschmeißen und dann ausnehmen aus der mindestbestimmung das könnte so wie viel haben wir hier um platz also ich würde sagen ich mag das mal zwischen den zwei folgen mal eben aus und dann sehen wir uns in der nächsten folge wenn sachen vielen dank fürs einschalten ich hoffe ihr seid beim nächsten mal dabei ciao ciao Ciao.